Hallo! Ihr kennt mich ja noch gar nicht, ne? Ich bin der Werwolf. Der Richtige der Werwolf. Ich möchte euch was sagen, was zunächst auf dem Zocker-Schnell-Kanal kommt, nämlich Minecraft Illuminati. Was ist das eigentlich? Und wer bin ich überhaupt? Ich bin der Bruder von JokerTV, mit dem ich einst friedlich zusammenlehte und regierte, bis mir das Illuminati-Pad die Augen öffnete. Es kann nur einen geben, der regiert, und zwar mich. Ich bin der einzige Herrscher von Minecraft Illuminati. Und zusammen mit der Zocker, meinem Schüler, werde ich Joker töten. Wie ich gehört habe, soll Joker aber auch einen Schüler haben. Ach, wie gut, dann können wir sie ja mitenden. Denn kann ja der Zocker und sein Schüler miteinander kämpfen. Und für mich bleibt dann Joker übrig, den ich mit Links töten werde. Und wenn dann der Zocker und Joker Schüler gegeneinander kämpfen, sieht das wohl so aus wie in diesem kurzen Trailer. Ha 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 Bis zum nächsten Mal.